hey ho meine lieben das große backen kann beginnen mit meinen backmischungen ja das große backen so nennt man auch das video ich werde jetzt anfangen mit dem maulwurstkuchen weil für die käse sahne torte brauche ich dann am schluss die springform wieder weil da kommt alles noch mal dann rein dass das zeug zusammen bleibt steht auf der rückseite ich habe noch wirklich keinen großen plan mir grauzt davor aber gegen meine kleinen aber feinen küche los so meine lieben jetzt schauen wir zuerst einmal was hier alles drin ist und wie drei beutel ne zwei beutel backmischung für den teig belag mischung topping mix ok den brauchen wir später backmischung brauchen wir auch nachher dann gleich ja bananen 100 gramm butter 100 gramm butter die brauche ich später dann für den zweiten eier wie viel brauchen wir zwei stück dann 75 milliliter milch brauchen wir auch noch 75 milliliter sind sechs esslöffel milch ok oh man was steht hier boden und erspringen vom fetten backofen vorheizen dann mache ich das jetzt so backofen ober- und unterhitze es war 170 grad ober unterhitze auf 150 160 170 grad ja nehme ich mir das ding so habe ich jetzt ein ei raus ich brauche doch zwei schwann die eier habe ich doch hier liegen hier stehen ich sage ja katastrophe mit mir heute katastrophe so wie mache ich das jetzt dann nehmen wir auf lade zeber zumindest an die fetzen nehmen einfach die butter hier dann schmier ich das einfach die backform ein dem einem rezept schreiben sie ist man soll den boden noch mit backpapier auslegen da verzichte ich großzügig darauf das ding ist beschichtet das sollte bei der form so auch funktionieren hoffe ich zumindest so dann haben wir schon mal die form eingefettet das stück nehmen wir dann für die für die zweite runde gut dann vorbereiten und den teig für den teig backmischung für den boden mag margarine butter eier und milch in eine röhrschüssel geben machen wir doch alles gut das heute weich sein haben sie geschrieben die ist schon eine weile her da draußen tippt 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 zwei eier ja hilfe ob sache keine schale mit drin zweimal machen wir es halt so ich habe kleine löffel jawohl melch ist auch drin kurz auf niedrigster stufe dass ich das leicht vermischt dass es hier keine kein puff gibt und mir das ganze zurück in die frische fliegt hätte ich fast gesagt die backmischung und dann auf höchster stufe circa drei minuten verrühren gehen wir mal ein bissel hoch und dann erkläre ich die drei minuten schon abgelaufen jetzt weiß ich warum warum die die frauen die dinger immer zum abschlecken her geben die sind einfach zu faul entschuldigung die haben einfach keine lust die dinger schön sauber zu machen und verzichten lieber auf ein bisschen was vom teig nein scherz am rande das bringt man auch so gar nicht alles weg bloß ich habe niemanden da dem ich das jetzt in die hand drücken kann und probiere ich selber mhm schmeckt sogar ganz gut so dann tun wir jetzt unseren teig hier einfüllen kurz dass ich nur an so einen scharber gedacht habe was mich aber weniger erfreut ist dass ich nachher insgesamt dreimal glaube ich spülen muss oder viermal oje mine aber ich habe ja noch so eine zweite schüssel die könnte ich dann auch hernehmen aber in der zeit wo das backen tut mein gott da kann ich dann auch derweil die schüssel und die scharber und so alles wieder sauber machen mädels mache ich das richtig ich habe keine ahnung so 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 teig in der springform glatt streichen mache ich das jetzt mit dem oder mache ich das lieber mit dem so so wenn ich jetzt wüsste wo mein Kreiselding ist weil da habe ich ja was aber das ist irgendwo im keller verborgen leider das müsste ich erst suchen also die Spachtelmasse vom Auto ist einfacher das kann ich euch sagen naja gut na neigauen mensch ja es ist glatt verstrichen Form auf den Horst in den Backofen schieben Einschub unteres Drittel Backzeit ca. 30 Minuten tja Freunde das machen wir jetzt hier ha das sieht man sogar irgendwie hätte das der Gitterwurst andersrum rein gehört naja gut 22,6 bis 22,36 jo halbe Stunde ist es um boah da riecht es nach gebackenen raus super lort mal was ganz was neues bei mir dann schauen wir doch mal ja ja sieht gut aus Ofen kann ich dabei ausmachen weil das dauert eine Weile bis ich den nächsten mach und dann gehen wir wieder zurück an die Theke an die Theke so und dann soll man die Springform lösen so steht es drin oder drauf funktioniert ja wunderbar und dann den Boden vom Ding ja lösen und dann mache ich einen kleinen Trick ich hoffe dass das jetzt funktioniert bin ich einmal rum ich glaube schon man kann ja sicherheitshalber die Schnur jetzt doch einmal durchziehen ja jawoll Boden ist komplett lose tja aber scheiben sie weiter kalt werden lassen auf der Form tja dann dauert es eine Weile bis ich mit meinem Anderen anfangen kann gut Video Drehpause so Leute meine drei Bananen habe ich auch schon bereit gelegt ich habe jetzt beschlossen ich fange jetzt mit der Käsesahne an und zwar mit dem Boden backen in den die Springform werde ich jetzt gleich wieder schön einrubbeln oh Gott da habe ich mir was angetan Schande also die Butter ist definitiv jetzt weich würde ich mal so behaupten ja ja viel hilft viel oder wie war das ich hoffe ihr habt genau so viel Spaß mit dem Video wie ich beim Backen also am Anfang habe ich ja echt Panik davor gehabt aber mittlerweile macht es doch irgendwie Spaß so gut jawohl jawohl was haben wir hier jetzt alles drin und das sind drei Päckchen Backmischung für den Teig Mischung für die Füllung und Deko Zucker ok habe ich aber auch noch extra Puderzucker gekauft tun wir das dabei wieder da rein dass wir das nachher nicht durcheinander bringen gut ähm Backofen vorheizen Ober und Hüste wieder 170 Grad machen wir doch glatt Tja und dann können wir hier wieder mit unserem Teig anfangen Backmischung für den Teig in eine Rührschüssel geben haben wir machen wir ja Tja 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 Margarine oder Butter ich nehme natürlich Butter und sie ist ja bekanntlicherweise jetzt sehr weich ja geh halt weg im Rührbesen da schmiere ich einfach jetzt die restliche Butter da drauf so Drei Eier Drei Eier Übrigens soll man ja danach die Tortenkuchenböden auf eine Tortenplatte legen Hehehe Ihr werdet es danach noch sehen wo ich das drauf gelegt habe da kriegt ihr wahrscheinlich einen Lachkram aber ich habe keine Kuchenplatten nichts und da haben wir halt anders zu helfen gewusst alles mit einem Mixer auf höchster Stufe ja ich schalte das jetzt gleich auf höchste Stufe ihr Witzbolde da kriege ich ja alles ins Gesicht so für was brauchen wir nachher das warme Wasser naja für die Füllung dann dann rühre ich wieder langsam an dann rühre ich wieder langsam an und gebe dann ein klein bisschen Gas und dann werden wir immer schneller so drei Minuten aus Maul hat auch noch nach die Sau so ja mhm 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 leckerchen ja und dann dasselbe Spiel wie vorhin den kompletten Teig in die Springform glatt streichen und dann ab in den Ofen also wenn ich öfters pack dann muss ich doch meine Drehform im Keller suchen Leute das habe ich jetzt schon festgestellt das oben wird das unten sein Respekt an jeden der das perfekt kann tja Leute und dann wieder eine halbe Stunde drei Minuten bis drei Minuten vor zwölf in etwa was sagt uns das ich habe nachher gerade so die Zeit meinen Livestream vorzubereiten